Ich weiß, ich würde nicht mehr am Leben sein, wenn Mr. Stryker nicht gewesen wäre. Ich habe immer noch schwere, schwere Albträume, wenn ich daran denke, an diese Nacht über Chicago. Bitte erzählen Sie uns alles, Mrs. Semmon. Es ist sehr wichtig. Nun ja, wir hatten die Kuh verloren und die Lebensmittelvergiftung hat uns alle sehr krank gemacht. Ich hatte die Beherrschung verloren, so wie alle anderen. Und dann, das Wetter war fürchterlich. Es war so schrecklich. Ich will hier raus! Ich will hier raus! Sie sollen sich zusammen nehmen! Styrus, bitte lassen Sie mich das Handhaben. Ich will hier raus! Ruhigen Sie sich und gehen Sie zurück auf Ihren Platz. Ich erledige das. Reißen Sie sich doch jetzt zusammen! Doch, Sie werden am Telefon verlassen. Es wird ja alles wieder gut werden. Lassen Sie sich, Schwester, ich erledige das. Ich will raus! Ich will raus! Lassen Sie das Gericht, das Handhaben! Würden Sie sich bitte zusammen nehmen! Gerichtssiner, Valium!